Warum ist diese Loyalität so wichtig? Solange ich dir immer nach deinem Wort rede, mich immer so verhalte, wie du es von mir erwartest, ist doch selbstverständlich, dass ich eine Schar von Followern habe, wenn ich alles immer richtig mache. So ist die Welt aber nicht. Die Welt ist, dass jeder Mensch im Leben Fehler macht, inklusive deiner Eltern, inklusive deiner besten Freunde. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!